Mein Name ist Rafael Avonte. Ich bin 20 Jahre alt und bin am 5. Dezember geboren. Mein islamischer Name ist Melik. Ich war auf der Grundschule auf der Roncalli Straße, bei uns hier in Troßdorf, wo ich auch geboren bin. Weiter war ich auf der Gesamtschule, auch hier in Troßdorf, da habe ich meinen Realabschluss gemacht. Später war ich auf dem Berufskolleg in Siegler, also hier in Troßdorf, da habe ich mein Fachabi gemacht. Danach habe ich Zivildienst gemacht, mittlerweile Urlaub und fange bald auch eine Ausbildung an. Meine Hobbys sind Fußball, Freunde treffen, ein lockeres Unternehmen. Ich habe noch drei Geschwister, einen Bruder und zwei Geschwister. Mein Vater ist Franzose, meine Mutter ist Deutsche. Mein Vater ist Immobilienmakler und meine Mutter ist leider gestorben vor zehn Jahren. Also...